...einer Dressur Matiné in Erscheinung zu treten. Ja, Städiger macht das eigentlich immer ganz gut. Die das einfach auch im Verlauf des Bildern. Bereit ist schon jetzt ein halbmal Städiger auf der Expo-Führung. Kommt ein paar Mal vorher her, zwei, drei Mal. Aber wenn man so die Psyche der Pferde hineinsieht, dann wundert man sich auch, wie schlau die sind. Wir haben uns heute Abend für dich gemeinsam mit Dieter etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wenn Sie alle dann kommen, am 7. April, Tag der offenen Tür, dann werden Sie sicherlich auch wieder Zeuge davon, die gärt eine Käst... ...einer Dressur Matiné in Ender. ...einer Dressur Matiné.